Was bringt der Scheiß, hm? Jetzt mal ehrlich. Was soll ich jetzt hier machen? Mich zum Affen? Was soll ich jetzt hier aus dem Stillgreif in, ähm, was sagt ihr, maximal zwei Minuten? Was soll ich jetzt hier maximal zwei Minuten darstellen, damit am bestenfalls ein Regisseur oder Produzent oder gar ein Redakteur, die liebe ich ja am meisten, mich dann für die nächste Produktion besetzt? Am besten ganz viele Gefühlsausbrüche hintereinander, ne? Schreien. Lachen. Weinen. Das geht doch nicht einfach so. Zudem gibt es das alles auch schon in Besser auf meiner Website. Fuck. Dafür interessieren die sich doch nicht. Dass es da Fotos, Showreels und schlagkräftigere Gründe gibt, die zu einer Besetzung führen sollten, ist doch scheiße. Hallo, ich bin doch jetzt hier und werde alles bisher dagewesene toppen. Müssen. Mit diesem Interview. Ne? Ich glaube, das war eine neue Seite. Hm? Ja.